Was ist dein Lieblingsessen? Pommes frites. Ich liebe Pommes frites mit irgendetwas. Was möchtest du essen? Ja, ich mache Essen. Ich mache auch französische Küche. Nicht ich. Ich kann nicht zu viel Käse essen. Ich glaube, ich mag amerikanisches Essen am besten. Amerikanisches Essen ist gut, aber es gibt bisherige Arten von Kühe. Wie welche? Ich mache auch mexikanische Essen serviert. Das auch, aber ich dachte eher an asiatische Kühe. Asiatische Sösen ist lecker. Du hast recht. Ich weiß das. Und was sind deine Lieblingsgetränke? Ich mache truppische Früchte, also jeden Saft truppischer Früchte. Welche Frage zum Beispiel? Zitrone. Ich liebe Limonade. Oh, ich frage es dir. Ich mag Wassermelonen. Allerdings mag ich nicht. Trinkst du Soda? Nein, ich nicht mehr. Sie sind nicht so gesund. Nein, sind sie nicht. Aber sie schmecken so gut, es ist es bernig, sie nicht zu trinken. Aber du kannst es besuchen. Es ist besser für deine Gesundheit. Entschuldigung. Das ist bisher.